Jo, es geht! Euer Sepp ist hier Schatz und willkommen zu einer weiteren Folge, Es Geh! Aber nicht irgendein Es Geh, sondern sein Kuh-Esch Geh mit dem Malik... Hi! Okay. ...zusammen. Ah, nicht klar. Malik, wo bist du? Ich bin tot. Was? Hab ihn! Halt dein Maul! Halt einfach dein Maul! Ich war gemutet. Halt dein Maul! Halt einfach dein Maul! Halt einfach dein Maul! Halt einfach dein Maul! Was ist das passiert? Minecraft ist abgestattet. Nice! Ah! Es steht immer wenn ich Opti-Fallen drin habe. Ja, mach doch Opti-Fallen raus, obwohl Opti-Fallen nichts geilen. Dann lass es zum Beispiel. Halt dein Maul! Halt einfach dein Maul! Und mach mal kurz das mal aus. Ich hab keine Zeit jetzt bekommen. Ich hab schlecht in der Party eine. Mhm. Ich bin so... Natürlich. Nein! 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 Oh mein Gott! Wow! Nein! 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 Weißt du, du weißt, was passiert ist? Also ich fand's nicht lustig und ich hab auch nicht gelacht. Ah, easy. Halt dein Maul! Ja, bei mir auch. Halt einfach dein Maul! Wirklich? Ja. Halt dein Maul! Halt einfach dein Maul! Hi! Okay. Okay. Okay.